Ich hab auch nix gespawnt, was hier nicht spawnen sollte. Ich hoffe es. So, ich bin inspiriert vom Essen kochen. Naja, toll. Ich bin nicht mehr inspiriert. Nein, bin ich wohl, aber... Nein, hier hatten wir jetzt nix mehr drin. Huch! Falsche Taste erwischt. Äh, so. Ja, toll. Das ist ja nicht mehr so viel. Ähm. Kumbaya, my lord. Wupp, wupp. Dün, dün. So, ach. Hier haben wir noch Sojabohnen. Guck mal an. Und da sind auch noch mal Sojabohnen. Und da sind Sojabohnen. Und da sind Sojabohnen. Ja, dann ist ja... Mit Brille wird vielleicht nicht passiert, aber... Gut, dass ich eine aufhabe. Äh, das sind keine Sojabohnen. Da sind Sojabohnen. Äh, wir brauchen... So, äh, wir brauchen die Sojabohnen, die wir gebraucht haben, sag ich mal. Auf Erwachsen, auf Erwachsen, auf Erwachsen. Oh, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Schalalalala. So, ähm... Spinat rein, Tomaten rein, Kartoffeln rein. Ich muss, äh, das hier... Nervt ein bisschen. So. Bienenwachs bringt nix. Ja, Steinschwert könnte man mit reinschmeißen. Haha. Äh, das sind Böhnchen. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. So. Irgendwas hat nicht eingesammelt, was nicht geklappt hat. Da haben wir noch was. So. Haha. Und jetzt noch ein bisschen... Äh, Erde. Ada. So. Zack. Ich war hier die ganze Zeit am Sammeln und am Sammeln und, äh... Ja. Irgendwie werden wir hier nicht fertig mit, ne? So, 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 so. Aha. Jetzt werden wir hier Weizen... Bis das Zeug hält. Äh, ich meine Weizenpflanzen, bis das Zeug hält. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Kartoffeln. Wir sind sogar noch süß Kartoffeln und Kartoffeln. Die ich nicht einsammeln kann. Oh, da ist Brokkoli. Brokkoli. Ach, Chili können wir auch mit rein. Klatschen. Kartoffeln nehme ich auch noch mal mit hier. Da, 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 da. Und jetzt machen wir ein paar Lava-Party hier. So, 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 hier unten hat man die Kohle. Kohle, 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 so, hallo, hallo, Kohle. So. So. Zack. Und, äh, das können wir auch noch, das Wachszeug, das können wir damit Wachszeug machen. Ich weiß es echt nicht. Äh, also nicht. Das bringt uns gar nichts. Ich weiß es auf jeden Fall noch nicht, was wir damit machen können. So, Schwarzpulver. Huch. Warum schmeiße ich die jetzt weg? Haben wir, glaube ich, hier mit drinne? Haben wir. Äh, so. Ich muss mal dringendst hier alles aufräumen, umräumen, etc. Ähm. Super, jetzt bin ich hier extra nach oben gelatscht. Ich weiß nur nicht warum. So, zack, auch fertig. Dann wollte ich eigentlich den Weizen auch schon anbauen, eigentlich. Und da ist ja eigentlich, den baust du jetzt an. Natürlich. Ähm, so. Weizen haben wir ja einiges. Weizenkörner habe ich aber nicht, oder? Bei, eigentlich könnten wir ja auch. Ich versuch mal. Manchmal hat man ja. Hahaha. Glück. Und dann springen einem. Ein paar Weizenkörner entgegen. Nicht immer, aber, ne. Guck mal, hier Weizenkörner. Vielleicht brauchen wir ja nicht so viel machen. Außer, es bewext ja wieder, ne. Es wächst ja dann wieder. So. Hat ja auch Vorteile, ne. Wir sparen damit enorme Sachen. Enorm sparen wir damit. Habe ich die Erde denn schon? Ja, habe ich schon. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und zack, und zack. Und da haben wir wieder keine. Kein Thema. Marken war. Zack, zack, zack. Warte, geht rein. Jetzt habe ich keine. Na, super. Ganz toll. Oh ja. Ich meine, wir hätten noch eine gehabt. Ich meine, irgendwo hatten wir noch eine. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wo. Ich weiß echt nicht mehr, wo. Das ist my problem. Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Ja, die Kartoffeln. Ich sag's gut, Kartoffeln brauchen wir auch nicht. Die brauchen wir dann nicht mehr. Ja, das ist das Schönste von allen. So. Heute sucht er sich irgendwie nur die rockigen Lieder raus. Fällt mir gerade ein. Nein, das brauchen wir noch nicht. Flop, 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 flop. Ja, die Folge werde ich auf jeden Fall recht gut schneiden müssen. Oh, boah, die werde ich so schneiden müssen. Lalalala. Warum mache ich das eigentlich so? Weil ich doof bin. Ich weiß. Weil ich doof bin. So. Brot rein. Zack. Ich muss, muss ich das echte vielleicht da angeben hier. Das gleich. Mann. Voller, auf damit. So. So. So vielleicht. Ich weiß es echt nicht. So, und dann Silken muss ja zu Firmen werden. Richtig. Genau. Ich bin inspiriert. Ich würde am liebsten hier nochmal einen hinhängen. Aber dann bringt mir nichts. Eine Presse. Noch eine Presse. Lalalala. Hier, direkt nachlegen. So, können wir auch direkt auch schon mal rausholen und den hier wieder nachlegen. Huaha. Muhahaha. So. Äh. Hier haben wir auch noch einen Soßen. Ja. Mixer, Kocher. So was hier. Lalalala. Lalalala. So. Der verschwindet jetzt. Ah. Jetzt klappt es. Sieh mal einer an. Wie schön das dann klappt. Flop. Achso. D-d-d-dün. D-d-d-dün. Jetzt habe ich wieder vergessen, was wir eigentlich brauchen. Uah. So. Äh. Moment. Das war das hier. So. Wie kann man denn da Fisch raus machen? Was? Boah. Fisch aus Firm-Tofu? Äh. Und macht direkt weniger. Naja. Was bringt denn so ein Spiegelei? Bringt auch eigentlich nix. Hamburger. So. Läuft. Läuft. Flup, flup. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Da. Da. So. Äh. cheeseburger das war genau käse da brauchen wir soja den pott salz macht er denn noch mehr satt der macht ja noch mal ein träumchen bacon cheese deluxe tomaten den cheeseburger gesunde mal eine gesunde mahlzeit gesundes groß eine gesunde große mahlzeit haben wir auch der tomaten haben wir ja auch ich würde ja gerne mal den cheeseburger so dafür noch mal käse pot milch werden natürlich ihm soja milch jetzt gerade komplett verballert wir brauchen den pot was denn für ein pot brauchen ich könnte schwören dass man pot hatten würdest du darauf schwören nein wir müssen einen pot kraften und liebe freunde wir müssen so was habe ich jetzt noch mal gesagt da ist glaube ich eigentlich egal warum soll ich egal wie rum und genau aus so vier eisen und stock ich habe mich schon gemacht ich der meinung wir hätten schon einen pot gecraftet wir gehen mal in eine runde knacken moment also zu fliege ich will die luft ja schau mal einer an ist da noch schon jemand ist noch nicht das wäre ja schön so wir brauchen wir so viel eisen wir müssen demnächst wieder auf eisen suche gehen glaube ich so viel eisen brauchen war und äh ein stückchen stückchen haben wir so zack 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 da ist der pot flupp und ich wette ich habe den irgendwo bestimmt jetzt gleich sehe ich ihn so das ist aber nicht der pot die waren das jetzt immer okay also käse soja milch brauchen wir und salz das habe ich natürlich soja milch komplett verballert soja milch komplett eigentlich verballern jetzt gerade wo wir so weit sind wie ist soja bohnen noch mal neben mir das war schön gewachsen schön groß gewachsen fein gewachsen ich weiß gar nicht mehr wo wir die habe ich mich erschreckt eine doofe spinne Tomaten 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 wo hat man denn die so ach so hier war die soja bohnen wo ist man die bohnen alter ich hasse die spinne jetzt schon und die mich auch ich mag das ich mag das sch gibt except für die ich bin ein fermer lalalalalala so ähnlich war es glaub ich das lied ich kann mich da nicht mehr so ganz erinnern äh nein ich trotzdem ja von wegen ähm Ich weiß nicht, dass ich hier ein Spinnen-Auge habe und von mir aus auch einen Faden habe. Ich weiß nicht, ob ich hier ein Faden habe. Sooohohoho, guten Tag. Ähm, auch noch nicht ausgewachsen oder nichts. Vielleicht müssten wir hier auch noch ein bisschen dazwischendurch so, ich verstehe es nicht. Schockt das so. Hier, wenn man die Bildrichtung, muss ich vielleicht die Herzzahl machen. Na ja, neuer Computer, neue Technik, neu alles. Sooo. Runter. Wir bringen die Sojabohnen. So, äh, hallo. Zack. Ich sollte ihn hier gleich, äh, ne? Eieieiea, Sojamilz. Flop. Und Salz brauchten wir. So. Und dann habe ich das Rezept wieder vergessen. Das ist ja sehr gut. Ähm, zack. Äh, haben wir doch. Salz. Da ist jetzt Salz. Der Pott. Nee, Quatsch. Andersrum. Pott. Warum klappt der denn jetzt gerade nicht? Naja. Man muss ja auch nicht immer alles verstehen. So. Aber jetzt. Flop. Ja. Ein Cheeseburger gemacht. Und jetzt Baconburger bräuchten wir das. Firm Tofu. Und den Cheeseburger. Wir haben kein Firm Tofu mehr. Silken Tofu. Das ist natürlich doof. Das ist jetzt natürlich ein wenig doof. Zack. Wir brauchen... Wir brauchen viel mehr. Moment eben hier. Flop. So. Silken Tofu hab ich gesagt. Brauchten wir. Äh. Bacon. So. Genau. Ja. Dann haben wir nicht nur Hamburger. Wir haben sogar einen Bacon Cheeseburger. Alter Fett. Deluxe. Oh. Mushroom Burger. Was ist ein Bacon Burger für? Für den Bacon Burger brauchst du... Achso. Haben wir ja schon. Deluxe. Für den Cheeseburger. Brauchen wir einen Cheeseburger. Einen Cheeseburger haben wir ja jetzt. Dafür brauchen wir Tomaten und Gartensalat. Haha. Haha. Hammer. Alles gar kein Problem. So. Zack. Die. 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 Hallo. So. Wo ist denn mein Gartensalat hier? Du bist noch gar nicht fertig, ne? Das ist blöd. Äh. So. Bitches. Ja. Nehmen wir erstmal mit. Ähm. Und zwei Tomaten. So. Hahaha. Mh. 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 Es läuft mir schon im Munde zusammen, sag ich euch. Es läuft mir schon im Munde zusammen. Ähm. So. Den Deluxe... Del... 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 Deluxeburger wollten wir machen. Hallo? Baconburger haben wir. Deluxeburger. Dafür brauchen wir den Cheeseburger. Achso. Wir brauchen den Cheeseburger noch. Achso. Aus dem Cheeseburger macht man den Deluxeburger. Ich dachte wir machen den aus dem Baconburger. Ah. Okay. Ähm. Gut. Sojamilch brauchen wir dafür nochmal. Was war denn das jetzt nochmal? Jetzt hab ich's vergessen. Mann. Cheeseburger. Milch. Genau. Sojamilch. Und der Pott und Salz. Der Pott. Die Sojamilch. Und das Salz was wir nicht mehr haben. Das ist praktisch. Flup. Wie viel Salz haben wir denn jetzt? Eins. Äh. Äh. Wir sind zu voll. Das gibt's doch nicht. Dün, 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 dün. Wir hätten den Chili unten lassen sollen. So n Dreck. Ahja egal. So. Den Pott. Die Sojamilch. Und das Salz. Das ergibt Chili. Äh. Äh. Gibt Käse. Den Pott. Und das Salz. Das ergibt Chili. So. Aus dem Käse. Was mach ich denn da? Aus dem Käse. Also aus dem. Achso. Ne. Quatsch. Aus dem Käse. Machen wir hier. Zwei Cheeseburger. Aus den zwei Cheeseburgern. Die wirklich sehr schmackhaft aussehen. Lala. Machen wir uns so einen fetten Deluxe. Mal. Komm. Was das alles gibt. Klub. Da haben wir jetzt so zwei richtig fette Deluxe Burger. Was gibt's denn da? Macht denn der? Ach die bringen. Ne. So viel bringen die gar nicht. Ich dachte die bringen mehr. Der. Der Mushroom Burger. Der haut glaube ich richtig rein. Zwei. Vier. Fünf. Zwei. Vier. Fünf. Ne. Der Deluxe Burger. Der haut am meisten rein. Da würde ich mal vorschlagen. Da verspeisen wir doch mal einen. So einen. Deluxe Burger. Sieht man noch den Unterschied. Ach das ist gar nicht der Deluxe Burger. Der nicht gerade futter ne. Ne. Das wäre der hier gewesen. Hoppla. Dann wäre man direkt voll. Na egal. Wir futtern das. Dann sind wir auch auf. voll. Haha. So. Äh. Was haben wir denn da jetzt noch? Spinat. So. Das läuft ja. Mein Gott. Ich liebe das Kochen hier. Wenn man einmal weiß dann wie es geht. Dann geht es sogar eigentlich recht schnell von der Hand. Das muss man ja mal dabei sagen. Ach so. Sojabohnen hätten wir vielleicht jetzt nochmal eben in die Presse stecken können. Das machen wir auch gleich am besten. Aber. Wir gehen noch einmal Kartoffel ernten hier. Damit wir. Noch ein bisschen was. Sweet potatoes. Die sind noch nicht. Aber hier. Sojabocken sind schon wieder völlig. Ein paar. Nicht alles. Aber. Oha. Es wird schon wieder dunkel. Das gibt es doch nicht. Und überall ist schon wieder dunkel. Gras über die Sache gewachsen. Das ist doch schön. Huah. Wir geben auch Gas hier. So. Äh. Dann können wir mal hier ein bisschen. Ähm. Kartoffeln reinhauen. Das macht so einen Spaß. Kochen für. Nein. Das war falsch. Gib mir. Gib mir die wieder. Ja. So. 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 Gute Nacht. Alle zusammen. So. Da sieht man nochmal Shader Ero. Wie gesagt. Keine Ahnung. was der shader hat wenn man einfach da nachher mal ist doch ein oder wenn ich zombies ich glaube sie zum ist so ein bisschen kohle bräuchte ich weil wir haben keine fackeln mehr so und dann machen wir uns erst mal ein paar fackeln wieder so ist ja schön aber fackeln mit haben aber ja komm wir bauen uns hier unten noch mal eine werkbank eben hin ist ja klumpatsch sonst kann ich die bürger die hamburger 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 kann ich dazu ach die kann man noch zu viel was decken ist ja blöd so sagt die kommt dahin ich brauche leitern noch mal leiter ich weiß es gar nicht mehr leiter 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 genau so war eine leiter können wir uns leider machen drei stück ja komm das ist sollte für den anfang reichen wie� ich meine hier werde ich aber mächtig höhse aber mächtig so ähm super ich hätte vielleicht noch stein holen mit mitnehmen sollen das ist natürlich geistreich bringt eh viel weil wir konnten es ist einfach nicht meine woche es ist einfach nicht meine buche ich gehe gleich im urlaub oder gleich so im urlaub so na toll 36 stickies daraus machen es mal ein paar leitern aber 15 leiter wird sollte ja wohl reichen und dann holen wir uns mal ein bisschen steinige stein das war auch machen können wir könnten unsere unsere fressalien aber eben in den rucksack stopfen so hier der bacon cheeseburger der deluxe cheeseburger der hamburger der hamburger und der hamburger so vier hamburger haben wir dann noch da hat man auch noch ja doof von mir egal habe ich jetzt eigentlich es gibt so nicht stein schon wieder vergessen ist man wie ärgerlich tut mir leid das gibt es ja echt nicht so hier die elektrolyte mitnehmen es gibt es ja echt nicht so aber jetzt habe ich scheiß hoch und runter spielen hier so genau hier war ich nämlich noch am basteln das wollte ich doch noch fertig machen die etage hier eigentlich mal man macht mich echt fällig so was so habe ich hier den abstand doch habe ich ne ganz oben oder habe ich immer einen frei einen freigelassen ne aber super super ist doch was genau und hopp mann nummer nummer nummern ja endlich ist der pc da der neue und ja niemand sieht ich habe das äh problem auch behoben gehabt was die einzelnen mutter chance anging die habe ich auch behoben das problemchen na komm los her du irgendwie wollte der server dann nicht mehr so ganz mitspielen oder ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so auf jeden fall ja eine höhle ist in der nähe vor allen dingen ist die unter mir ach so na tot da wurde es dunkel da wurde es wieder hell auf jeden fall heller beleuchtet da habe ich auch nicht so wirklich beleuchtung drin da habe ich mal angefangen die beleuchtung zu machen aber weiter habe ich sie nicht gebastelt